so freunde und damit sind wir live mit dem wunderbaren clowni clownswelt herzlich willkommen schön dass du da bist mein songwort geht wieder hallo freunde ja einen wunderschönen sonntag wünsche ich euch allen schön dass ich wieder da sein kann ist ja dieses mal gar nicht so lange her das freut mich auch sehr du bist da eingesprungen ich habe irgendwie zwei drei leute angeschrieben teilweise keine antwort bekommen teilweise ein u dieses wochenende ganz schlecht von daher vielen dank lieber clowni erzähl doch mal was denn schönes mitgebracht ja wie auch schon am letzten dienstag aber ich denke es ist auch ein honig waben würdiges thema reden wir heute über achtung reichelt also julian reichelt ex bild chefredakteur wir alle kennen ihn wir alle ja eigentlich lieben ihn zumindest ein bisschen also man hat im großen und ganzen eigentlich das gefühl dass dieser mann im großen und ganzen schon für unsere sache einsteht im großen und ganzen wahrscheinlich patriotisch veranlagt sein wird und höchstwahrscheinlich genau dieselben themenbereiche wie wir sie auch behandeln ähnlich sehen wird ja also ich gebe dir brief und siegel dass nicht jetzt die partei aber das deutschland in dem julian reichelt leben will ist ein deutschland wo 60 prozent der bevölkerung die afd wählen das ist das deutschland in dem julian reichelt leben will er denkt die cdu will ihm das schenken aber da wird auf jeden fall leben ja davon gehe ich aus ja definitiv und wir reden natürlich über das letzte video was herr reichelt dementsprechend veröffentlicht hat weil er sich damit objektiv wahrscheinlich auch für große teile seiner community einen gigantischen bock geschossen hat hätte man in seinem leben nur das letzte video von julian reichelt gesehen käme man wahrscheinlich zu dem schluss reichelt steht in offener feindschaft mit der afd ob er das jetzt bewusst getan hat oder wieder besseren wissen spielt dann für das resümee wenn man nur dieses video gesehen hatte wahrscheinlich keine rolle man muss sich fragen warum ja das die frage da können wir gerne am ende auch noch mal drüber reden an dieser stelle finde ich zumindest dass er dass das eigentlich nur mit seiner sympathie gegenüber der cdu zusammenhängen kann und vielleicht auch eventuell mit der parteinähe des geldgebers von news und co das kann man offen stehen lassen kann man auch gerne darüber diskutieren ich kaufe ihm aber eine aufrichtige liebe zur cdu ab hier nach ja weil ohne dass man ein cdu fanboy ist kann man ihm seine ausführungen eigentlich nicht rational abkaufen ist doch im ernst wird wie 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 episch falsch der mann bisher bei wirklich wichtigen themen gelegen hat also für jemand der damals sicherlich informiert da war als ich er hat ja für die grenzöffnung gesimmt der war ganz begeistert ja wir müssen den armen flüchtlingen helfen und so weiter dann diese woche wieder ein paar screenshots ihre runde auf twitter gemacht und bei corona war ja auch also kein 120 prozentiger bei 98 prozentiger bemerkenswert ja und momentaner stand bei dem video 15.718 likes 40.456 dislikes also das ist eine richtig dicke packung gewesen und lieber kasper wir haben da einiges vor uns fangen wir doch einfach direkt mit dem ersten clip an wir starten mit seiner einleitung herzlich willkommen achtung reichelt selten zuvor in der geschichte unseres landes hat es eine so gewaltige politische mehrheit mitte rechts und rechts der mitte gegeben wie heute cdu und afd kommen gemeinsam auf nahezu 60 prozent die menschen die cdu und afd wählen wollen sehr ähnliche dinge viele afd wähler waren die längste zeit ihres lebens cdu wähler nicht das was sie wollen hat sich geändert man man munkelt einige waren sogar cdu mitglied ja das normal sondern das was sie von der merkel cdu viel zu lange bekommen haben und mit dem mächtigen geistigen erben hendrik wüst daniel günther kai wegner immer noch weiter bekommen auf den straßen von berlin zum beispiel feierten am wochenende islamisten vollkommen ungestört den terrorführer der hamas jaja sinwar schauen sie ja ja die bestandsaufnahme ist ja jetzt nicht komplett falsch ja also das kann man durchaus teilen islamisten demos energiepolitik sozialstaat für deutsche staatsbürger und nicht für die ganze welt das ist das was er im vorhinein hier vor auch noch geäußert hat das ist eigentlich das was cdu und afd zusammen umsetzen könnten waren da auch seine ausführungen ich frage mich ob reichelt ernsthaft glaubt dass das was er dort bemängelt hat am ende ja dass dort irgendwelche hammers anhänger auf berliner straßen demonstriert hätten ob er ernsthaft glaubt dass das ein ende hätte wenn die cdu bei 60 prozent lege deutlicher als es ein ende hätte wenn die afd bei 60 prozent lege ich frage mich ob der mann das wirklich glaubt was er da impliziert erstens das und wir werden auch noch genug zu dem themenbereich israel kommen das wird nämlich eines seiner kernargumente sein die position der afd zu israel aber vorab einmal der nächste clip die afd muss sich entscheiden ob sie wirklich regieren will um die wünsche ihrer wähler wahr werden zu lassen und ihr leben besser zu machen denn das geht nur in der regierung wenn sie gar nicht erst regieren will dann betrügt und missbraucht sie ihre wähler wenn sie regieren will hat die afd eine verpflichtung anschlussfähig zu werden denn eine absolute mehrheit mag zwar in den allmachtsfantasien einiger ihrer kader existieren wird aber niemals kommen die afd könnte innerhalb weniger jahre regierungsverantwortung übernehmen wenn ja wenn sie bereit ist sich zu verändern derzeit aber leidet diese partei die sich als deutscheste partei des landes präsentiert genau am selben syndrom wie deutschland sie hält sich für zu erfolgreich um sich radikal zu verändern parlamentarisch wird sie dadurch immer bedeutungsloser während die wirklich klugen und anschlussfähigen rechten europas wie gerd wilders georgia meloni land um land parlament um parlament regierung um regierung erobern hier ist was die afd radikal ändern muss ja ich fange mal beim ende an weil ich das was ich am anfang dachte schon wieder vergessen habe georgia meloni als positiv beispiel für eine deradikalisierung anzuführen ist also ich möchte es unverschämt nennen ich meine dass die seit ihrer wahl dort rekordzuwanderungszahlen vermeldet haben die sollen jetzt wohl wieder runtergehen woran das liegt keine ahnung liegt es an ihrer politik ich weiß nicht wo gehen die hin die haben ja wohl radikal das pendant zu hartz 4 in italien gekürzt oder sogar komplett eingestampft was ja hieße die leute gehen da nicht nach hause also der tunesier der jetzt keine sozialleistungen mehr in italien erhält er denkt sich da nicht na dann gehe ich jetzt zurück nach tunesien er wird sich sagen na alles klar dann heißt es jetzt wohl deutschland aber da habe ich problem dieser art nicht und gerd wilders der mann war ja auf nicht unsympathische art und weise früher radikal jenseits von gut und böse der wollte entweder den islam oder den koran eins von beiden verbieten lassen in holland also das ist die position von der erst abgerückt ist diese woche wurde verkündet dass holland jetzt das härteste asylgesetz ich meine europas durchs parlament bekommen hat also die packen halt wirklich an aber normal dieser mann kommt von nagelt mich doch fest islam oder koran verbieten in holland und jetzt wird noch wieder ein was ich anfangen sagen wollte die afd muss sich ja laut reichelt dich du ändern sondern radikal ändern clowni also was heißt denn das eine radikal nach links hin geänderte afd landet die dann wenigstens noch bei der cdu oder landet die möglicherweise links von der cdu was will reichelt eigentlich ja man könnte mutmaßen wahrscheinlich wenn es nach ihm ginge noch linker als die cdu damit die immer noch die harten hunde sind die dann die wände bringen falls sie dich falls sie sich dann irgendwann mal an den eiern packen alter auch dieses am ende schließt auch ab mit einer parlamentarischen bedeutungslosigkeit die der afd drohen würde würden die sich jetzt nicht radikal ändern wie sehr kann man denn die realität verkennen die afd ist parlamentarisch so bedeutungslos dass sie die cdu in thüringen dazu zwingt mit dem bsw abgespaltet von der sed und der spd zu koalieren und sich so die totale blöße der absoluten rückgratlosigkeit zu geben dennoch diese regierung müsste unter der duldung der linken arbeiten also das kommt ja noch dazu die werden ja also die cdu wird ja nicht mit der linke gemeinsame sache machen auf direkter koalitions das geht ja nicht wir haben ja ein unvereinbarkeitsbeschluss und sie müssten halt diese brombeer nummer da durchziehen spd bsw cdu und dann müsste alles geduldet werden von der linken na also da ist die cdu ja schon so sehr unterjocht unter dem linken mehrheitswillen im endeffekt und die afd ist in thüringen stärkste und in sachsen und in brandenburg jeweils zweitstärkste kraft geworden wo ist die parlamentarische bedeutungslosigkeit sperr minorität in thüringen und die verrenken sich jetzt alle um diesen direkten wähler willen irgendwie zu relativieren und genau das wird die afd immer stärker machen genau das führt doch langfristig über die legislaturperioden zu der einsicht und naja damit dann auch irgendwann zur selbstzerstörung der cdu und ich glaube genau das möchte reichelt eben nicht sehen ich vermute er verfolgt da den modus operandi einer kamala harris die ja ebenfalls immer und immer wieder blödes zeug erzählt was halt nachweislich blödes zeug ist aber du darfst nicht vergessen dass es einen erheblichen anteil der bevölkerung gibt von leuten die von nichts nahen haben die fressen das dann also die glauben das halt wirklich und diese letztendlich npcs will er erreichen jetzt aber das problem dass er grundsätzlich auf news ein komplettes anti npc programm macht oder ein programm sogar was npcs redpillt und umwandelt in leute die halt sehenden auges durch die welt laufen und dem selben publikum erzählt er dann oder zu dem selben publikum spricht er dann als wären das halt gehirn amputierte ja das ist mutig das muss man ihm lassen ja mut hat er bewiesen mit diesem video ja beim like dislike verhältnis siehst du dass vier ungefähr vier von 5,5 oder sechs zuschauern ihm ausgesprochen hier widersprechen und anscheinend hat er damit hervorgebracht dass vier von sechs seiner zuschauer er team afd sind ich weiß nicht ob du das später noch erwähnt hättest wir haben dafür glaube ich sowieso keine quelle aber er verliert ja auch gerade abos das ist ja nicht mehr feierlich die leute bestrafen ihn jetzt natürlich auch schon in einer sehr sehr harten art und weise dafür aber bleibt es bei diesem ausrutscher es bleibt es zu hoffen die zweifel daran würden aber schwinden wenn man den nächsten clip sieht weil da kommt dann der totale offenbarungsbernd machen wir sofort ich will nur kurz anmerken dass ich reichelt und sein programm definitiv für netto gewinn halte also was jetzt wirklich ärgerlich wäre wäre folgendes der cdu-ler der ihn ja sponsort der sagt er ist irgendwie so ein so ein ultra reicher milliardär keine ahnung ja wenn der zu sagen scheiße das funktioniert überhaupt nicht ja mit mit cdu pushen und so dann müssen wir das programmet einstellen also dann verlieren wir halt eine mächtige flag auf unserer seite weil das programm ist echt gut die ausrutscher sind halt echt peinlich ist übrigens auch nicht der erste ich erinnere an an das letzte video wo er hier q&a gemacht hat und da ging es um die afd und dann das übliche npc geschwurbel über den antisemitismus in der afd aber gut caspar du wirst noch befriedigt werden in diesen themenbereichen es wird alles noch kommen genau jetzt kommt der offenbarungsbernd erstens björn höcke muss weg seine sprache der wohltemperierten grausamkeiten ist schlicht abschreckend wenn man mehr will als einen vollkommen wertlosen wahlsieg in thüringen ich weiß nicht ob björn höcke die sa parola alles für deutschland ganz bewusst genutzt hat keine ahnung aber ich weiß was ein mann meint ein geschichtslehrer meint björn höcke ist auch nicht der volkstribun als der er sich gerne ausgibt seine reden sind flach geistlos und zornig ein echter volkstribun wie zum beispiel gerd schröder würde björn höcke zum frühstück verspeisen höcke ist der mit abstand bekannteste afdler und erholte in thüringen nahezu das identische wahlergebnis wie der mit abstand unbekannteste afdler in sachsen björn höcke ist sehr ersetzbar er ist nur sehr erfolgreich darin seiner partei das gegenteil einzureden wenn es der afd wirklich darum geht mit ihren wählern zu dienen und etwas zu verändern im land dann muss alice weidel den mut finden björn höcke zu entmachten und zu verbannen tja kasper der bernd wurde gerade offiziell gemacht ne ja also es ist wirklich also ich hätte nicht gedacht dass ein ein julian reichelt auf dem selben niveau ankommt in der höcke argumentation wie es zeller tun würde also das ist schon heftig also ich hätte jetzt noch lavendelwasser mit einstreuen können an der stelle er hat die klassiker gebracht ne die wohltemperierte grausamkeit ein zitat von dem philosophen peters lotterdeik so wie er übrigens zitiert wurde noch beim deutschlandfunk als neutraler philosophischer experte dafür wie deutschland besser mit der flüchtlingskrise umgehen könnte da geht es darum dass diese wohltemperierte grausamkeit von unter anderem kanada in ihrer politik so wie auch australien in ihrer flüchtlingspolitik angewendet wird nicht mehr und nicht weniger als damit gemeint ja ich meine oerke oerke das in seinem buch wortwörtlich ergänzt mit folgenden worten also was das bedeuten würde wäre so human wie möglich so konsequent wie nötig es ist einfach nur das gegenteil von also die politik die wir aktuell fahren ist ja die wir hatten diese meldung vor ich muss schätzen zwei monaten oder so dass in ich weiß nicht mehr niedersachsen ging eine offizielle meldung ans bka der abteilung die für abschiebungen zuständig ist folgender wort laut sollte sich ja der flüchtling bei seiner abschiebung widersetzen klammer auf verbal reicht klammer zu dann ist die abschiebung abzubrechen und der flüchtling ist an autostelle zu entlassen und tritt dann von da aus wenn er möchte den weg nach hause an also in anderen worten wenn der flüchtling auf dem weg ins flugzeug sagt ich möchte das nicht dann bist du angewiesen zu sagen ach so dann halt nicht bitte ich werde nicht zurück nach kamerun fliegen ja sorry dann ist das hier falsch aufgenommen worden dann gehen sie bitte ja bald sicheres amtes alles bestens so das ist die wohltemperierte grausamkeit also unschöne bilder wenn du das konsequent durchziehst werden sie sich nicht vermeiden lassen gesagt ist aber die diese leute haben in nicht unerheblichen maße gegen das gesetz verstoßen sie hätten hier gar nicht erst einreisen dürfen und wenn du das dann tust dann kann die belohnung nicht sein voll versorgung auf lebenszeit inklusive aller nachkommen und deren nachkommen und deren nachkommen ja das ist wohltemperierte grausamkeit was war das zweite das war auch so ein richtiges ein bisschen alles für deutschland ich möchte daran erinnern das ding ist illegal erklärt worden vom oberverwaltungsgericht ähm 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 münster ich glaube münster ich will es aber nicht beschwören ja 2006 was da hieße über 50 jahre nach der sa was in der sa losung soll das so gewesen sein 50 jahre danach entscheidet mal eben irgendein scheiß gericht dass das jetzt wohl illegal wäre und das soll ja möglicherweise also erreichet weiß das nicht so genau immerhin ist höcke ja geschichtslehrer aber ob er das jetzt wusste weiß ich ganz genau kein fucking keiner es gab in diesem land nicht einen einzigen geschichtslehrer der vor zwei jahren schon wusste dass man das nicht sagen darf denn das hat irgendein gericht mal eben im jahr 2006 entschieden da gibt es nicht ähnlich also ich bin in der branche tätig wo es immer wieder entwicklung gibt bezüglich der art wie wir zu arbeiten haben ja dann gibt es neue berechnungsmodelle zum beispiel und was diese neuerungen betrifft gibt es einen verteiler von einer deutschen behörde und wenn du dort eingetragen bist als das als was ich eingetragen bin dann kriegst du regelmäßig eine e mail und da steht dann drin der kasper übrigens ab ersten achten gilt für die berechnung von was auch immer folgendes etwas ähnliches gibt es nicht für scheiß geschichtslehrer damit die dann per mail erfahren übrigens der geschichtslehrer damit sie es wissen alles für deutschland darf man jetzt nicht mehr sagen das kann ein geschichtslehrer nicht wissen das kannst du nur wissen durch nicht zufall anders ist es nicht möglich dankeschön ja ja es war übrigens das oberlandesgericht ham wo das urteil am ersten zweiten 2006 am 14 märz 2005 hat da jemand eine rede mit dieser phrase dementsprechend beendet und da behauptet das gericht wie allgemein bekannt ist handelt es sich hier um die losung der sa ja so allgemein bekannt dass die im jahr 2005 monat zwölf noch nicht illegal war und auch da möchte man anmerken das ding ist ja gerade noch in verhandlung wenn ich das nicht verstanden habe dann ist höckel gewillt bis zum verfassungsgericht zu ziehen das ist nicht in stein gemeißelt dass das eine illegale sa losung wäre das wird jetzt erstmal demnächst entschieden ob das denn wirklich eine illegale sa losung ist auch da möchte man sozusagen an ein hervorragendes video von achse des guten wo ein historiker zu wort kommt der erläutert dass die spd mit diesem spruch bereits weil wir gemacht hat allerdings vor 70 jahren muss man dazu sagen aber auch die spd hat diesen spruch schon genutzt der bund weiß ich was hat diesen spruch schon genutzt ist wie höckel damals sagt ein allerwelts spruch ja bei dem ich nicht wissen muss dass der illegal ist und dass er jetzt illegal ist ist lächerlich das beitrag von franz beckenbauer 2006 in einem bild ist überschrieben mit diesem ausspruch also da steht dann zur fußball wm alles für deutschland da drüber und danach äußert sich dann franz beckenbauer zu dieser thematik weiter kathie hummels hat am tage des urteils glaube ich sogar also die spielerfrau von matz hummels heißt er glaube ich weiß es nicht hat dann auch alles für d geschrieben auf instagram also komplett lächerliches mainstream argument es gab ein spiegel selber und der spiegelartikel trug den namen also das war die überschrift alles für deutschland haben sie dann umgeändert aber der ding hieß erst mal alles für deutschland und da liefen die ermittlungen gegen höcke schon also der hätte das nun wirklich wissen können der autor dass das illegal ist ja und da steht der satz sogar für sich selbst ist noch nicht mal eingebunden in einen größeren kontext dass sie sich auf die heimat auf deutschland um die politik für deutschland aber anderes thema wollen wir jetzt auch nicht zu lange ausbreiten das ding eine sache ist aber an dieser stelle klar nach diesem bernd offenbarungseid entweder weiß das reichelt nicht oder er weiß es und ignoriert es extra ist diesem mann nicht klar ist meine frage dass der politisch mediale komplex wenn er will den neuen bernd von heute auf morgen aufbauen kann um ihn zur neuen hassfigur der afd aufzubauen gut da gibt es ja auch schon ganz heiße anwärter ähm ja krass gut ähm krass wäre einer ganz klar der ähm helferich nicht mit ähm aber helferich wäre einer ne der ist ja aus der fraktion irgendwie schon rausgeflogen oder freiwillig ich weiß es ist auch scheißegal afd-mitglied ist der aber noch das wäre ein ganz heißer anwärter weil der hat glaube ich auch schon mal mit dem rechten irgendwie ein gespräch gehabt oder sowas krass sowieso schön dass du es anmerkst äh also ist nicht so dass denen die namen ausgehen würden und ich habe dazu auch einen kommentar verfasst auf äh twitter ähm der recht gut angekommen ist äh da habe ich auf weidel aufmerksam gemacht ja die dieselben leute die mir erzählen höcke der geht halt einfach zu weit mit seiner nazi rhetorik und so die wollen mir erzählen dass wenn wir den absägen dann ist es okay wenn eine frau weidel von kopftuch mädchen und eingewanderten oder importierten messermännern spricht das ist dann okay nee 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 das ist nämlich überhaupt nicht okay es folgt der nächste es folgt der nächste es folgt der nächste und dann folgt halt die weidel ja es ist der erste schritt eines zurechtschnitzens der afd um sie ähm werden wir auch noch zukommen in den nächsten punkten eher auf cdu linie zu bringen und auch hier reichelt muss verstehen wie medien funktionieren wenn der links orientierte politisch mediale komplex der meinung ist diese partei soll in dieser demokratie in unserer demokratie nicht gewählt werden dann werden sie die kaputt machen mit allen mitteln und wenn höcke weg ist dann holen sie halt den nächsten und machen den zum neuen bernd und dann wird neuer bernd gemacht mit irgendwelchen bernd zitaten die wir die ganze zeit hören das wird genauso eintreten und reichelt muss verstehen dass das mit der grundposition der afd zu tun hat und nicht mit irgendwelchen einzelpersonen die sind nur das vehikel um sie zu beschmutzen da wird man immer jemanden finden zur not erfindet man halt was wie der spiegel ist ja kein problem ich persönlich halte höcke für einen überzeugten nationalsozialisten aber es geht gar nicht darum was ich denke jeder mensch mit deutscher lebenserfahrung weiß dass björn höcke der afd im weg steht er allein ist der unterschied zwischen bundesweit 20 und möglichen 30 prozent eine partei die ihren wählern dienen will lässt sich nicht von einem provinz springteufel mit 30er jahre wortschatz großmanns gehabe und lächerlicher hitler gestik tyrannisieren der auch noch regelmäßig seinen wahlkreis verliert björn höcke ist nicht der einzige sorry ich muss da kurz bitte ist dir diese gsjot bekannt ich mir war das ich höre ja gerade zum ersten mal macht sich höcke mal seine haare zurecht als wenn er hinterdarsteller aus dem schlichten film wäre keine ahnung alter also ich weiß nicht wo reichelt das her hat alles klar unzumutbare charakter in der afd natürlich nicht sorry ich muss noch mal unterbrechen ich will das kurz anmerken als ob das irgendwas beweisen würde also selbst wenn höcke sich die haare ab und zu aus der stirn wischen würde ja da wäre das immer noch ein denkbar schlechter aber mir ist diese geste nicht mehr bekannt okay weiter geht's aber an ihm entscheidet sich ob eine selbstreinigung gelingen kann mit ihm bleibt die afd für breite schichten auf jahre hinaus unappetitlich und unantastbar ihn zu stürzen wäre ein signal der vernunft und der ernsthaftigkeit höcke ist für ihn ein überzeugter nationalsozialist und das beste was er mir in diesem video bisher geboten hat seiner spoiler da kommt doch nichts besseres mehr ist der spruch alles für deutschland und was war das andere die wohltemperierte grausamkeit naja und dass er sich die haare in einer gewissen Art und Weise aus dem gesicht streichen würde wie es bisher noch keiner so wahrgenommen hat also ich hab die haare von höcke schon oft gesehen auf fotos die ich dann in thumbnails reinschneide und die sind eher so grisselig grausig hin und her so ein bisschen aber halt mit ein bisschen gel oder pomade aber das sieht nicht so aus als wäre da jetzt der der harte seitenscheitel also vor allem auch diese argumente die kommen doch direkt aus den tiefen des kindergartens alter das ist ja wirklich schau mal hier der macht hier so die haare hier so die haare macht da hat er gesehen siehst du nicht was das für ein gefährlicher mann ist als wäre also und höcke sei der unterschied zwischen 20 und 30 prozent für die afd bitte kasper wirklich clowni das ist übrigens der neue lavendelwassermoment den wir gerade haben das ist halt das unterbietet ja das unterbietet ja noch Sella wie er sich die haare macht also Sella hatte nun wenigstens lavendelwasser am schnitzel ja wer das zum ersten mal hört also ich hab mal eine internetdiskussion geführt da hat mir jemand erzählt also der hat mir auch versucht den Höcke malig zu machen und da hieß es er hätte mal gesagt der Höcke da hat er jetzt auch nur ich weiß gar nicht mehr wen irgendjemand hat da zitiert und das Zitat ist folgendes brandige glieder können nicht mit lavendelwasser kuriert werden so und das wenn man denkt nach so einem Gespräch mit Sella das Niveau geht nicht noch tiefer dann kommt Julian Reichelt und sprengt ein Loch Alter und erzählt dir dass der Höcke sich die Haare irgendwie macht als wäre er Hitler oder so es ist halt es ist halt komplett absurd auch vor allem Höcke ist wahrscheinlich in Thüringen eines der Hauptargumente die AfD zu wählen ich glaube der holt da eine Menge Leute ab und diese Reinigungs Selbstreinigungs und Schälungsprozesse die haben die AfD ja gerade erst auf den Kurs gebracht auf dem sie ist sie hat sich eben freigemacht von den Einflüssen die genau das wollen was Reichelt wollte das wollte eine Petri das wollte ein Meuthen die wollten genau das was Reichelt jetzt möchte und jetzt will Reichelt ne 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 schnell Höcke raus und bitte jetzt wieder den Meuthenkurs fahren wobei die AfD seitdem halt immer stärker geworden ist es ist auch komplett an der Realität vorbei ja und es ist auch frech mir das hier als Posi zu verkaufen statt 20% könnten es 30% sein lieber Herr Reichelt ich will 51% haben also entweder lenkt die CDU ein oder ich will 51% haben das wird doch ein bisschen dauern ja aber entweder das oder dieses Land wird untergehen das sind die Ben-Möglichkeiten tja und auch hier an der Stelle also bitte nochmal ganz kurz der Tonfall die Art der Argumentation ich bin der Meinung dass wenn man das als gute argumentativ schön verpackte Manöverkritik an Höcke die man ja von mir aus formulieren kann rausgebracht hätte das Video dann wäre das ein Video wo wir jetzt wahrscheinlich nicht so drauf reagieren würden aber er macht ja er macht das ja wie ein Oliver Welke das machen würde und da wird es peinlich äh apropos peinlich zweitens die AfD muss sich selbst den rechtsnationalen Herrenmenschen Antisemitismus austreiben der das deutsche Bürgertum schon immer befallen hat rechtsnationaler Herrenmenschen Antisemitismus das ist eine sehr bemerkenswerte Formulierung was genau sind denn in den Augen von Reichelt die Kriterien für diesen Begriff belegt am Beispiel AfD es gibt in der AfD viele Leute mit fabelhaften Ansichten zu Israel und dem jüdischen Leben in Deutschland aber es gibt eben auch zu viele mit diesem üblen raunenden antisemitischen Mief den Gerd Wilders Viktor Orban oder Georgia Meloni niemals dulden würden selbst Marine Le Pen hat das antisemitische Gezische ihres judenhassenden Vaters radikal beendet jetzt mal kurz Pause sorry 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 also Le Pen auch an dieser Stelle also ist ja auch die die Kackin vor dem Herrenalter die hat schon damals wegen der Korrektiv Lügenrecherche hat sie sich damals schon von der AfD distanziert und schon damals hat es dann gerappelt in der ID-Fraktion weil diese Frau offensichtlich ihren politischen Verbündeten weniger glaubt als von linken Medien lancierten Kampagnen die in Teilen steuerfinanziert sind also von dieser Frau bin ich auch grundauf enttäuscht und dass die jetzt hier als eine vernünftige rechte konservative angeführt wird mit der man sich die Zusammenarbeit verscherzt also tut mir leid nein da rührt sich gar nichts bei mir Julian ich glaube übrigens dass das von der Le Pen vorgeschoben war ich nehme an also ich bin da nicht wie so oft was diese Loyalitäten angeht bezüglich vor allem amerikanische Organisationen das riecht für mich nach Transatlantika und KRA ist ein nicht Transatlantika also was heißt das Transatlantika sein heißt dass du in den USA die Treue schwörst egal was sie tun wenn die jetzt den nächsten Angriffskrieg planen irgendwo in Nahost dann ist das eine gute Sache und wenn du dich dagegen aussprichst dann bitte ganz ganz vorsichtig aber am Ende musst du mitmachen kritisierst du den amerikanischen Kurs grundsätzlich ja also zum Beispiel du hast rum gemeldet in Nahost dann bist du ein Feind dieser Leute und man könnte halt an deinem Thron sägen so ich nehme an dass es eher sowas ist wie bei der Le Pen wurde mal angerufen und gesagt so ey wir versuchen es mal bei dir wir müssen diesen KRA irgendwie ruhig stellen mach mal da irgendwas weil nochmal also was sie damals vorgeschoben hatte als Grund wieso diese Fraktion nicht zustande kommen könnte war ja lächerlich ist ja absolut lächerlich ja ja danach danach kamen ja krass Aussagen auch im Interview darum soll es jetzt auch gar nicht gehen nur ich wollte da nur mal einhaken aber jetzt geht es weiter mit Chrupalla tatsächlich auch ja und Weidel V-Duell zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel war geradezu körperlich spürbar dass Weidel beim Thema Israel nicht frei sprechen wollte zu sehr fürchtete sie die Macht der antisemitischen Gesinnung Das glaube ich nicht ich glaube exakt das Gegenteil ist der Fall du musst in Deutschland wenn du die Position vertrittst die ich vertrete und das folgende mir ist Israel weitestgehend egal ich will dass den Leuten dort gut geht ich will dass den Leuten in den Palästinenser Gebieten gut geht ich will dass es allen Menschen auf der Welt gut geht aber das ist nicht mein Scheißproblem das bringt dir den Vorwurf des Antisemitismus ein und ich kann es sogar beweisen Tiches Einblick hat diese Woche einen Artikel auf Twitter mit folgenden Worten beworben das Massaker am 7. Oktober hat Shirel Golan überlebt aber nicht verkraftet an ihrem 22. Geburtstag beging sie Selbstmord ein Tod der es nicht ins Rampenlicht schafft wie das Leid der Palästinenser die ihre Toten bereitwillig in die Kamera halten und ich habe dazu geschrieben es ist mir im Umfang der Kragen geplatzt ich bekomme ja Blödsinn dieser Art seit Monaten jeden Tag quasi in die Fresse gerieben ich habe also dazu geschrieben ihr habt einen pathologischen Fetisch entwickelt es ist zum Kotzen an Shirels 22. Geburtstag haben sich statistisch gesehen ungefähr 30 Menschen in Deutschland das Leben genommen habt ihr einem von denen einen Artikel gewidmet ich bin mir sicher bei über 10.000 ich habe übrigens extra nachgeguckt bei über 10.000 Suiziden im Jahr ist da jeden Tag einer dabei dessen Vorgeschichte wirklich traurig ist kleiner Fahnsicht ich habe mich mit Shirel Golan ein wenig beschäftigt die litt an Depressionen und zwar nicht seit dem 7. Oktober sondern bereits davor die junge Dame war schon davor in Behandlung also es war nicht mit 100%iger Sicherheit dass er lebte am 7. Oktober was dazu führte dass sich das Leben genommen hat die Frau hatte davor schon Probleme jetzt ist das natürlich trotzdem ein tragisches Schicksal und das tut mir auch sehr leid aber ist die Frage eigentlich drin die ist nicht und dann schickt sie glaube ich im Artikel das ist dann die Entscheidung ach die Überschrift verrät es Shirel Golan Suizid schafft sie es in die Tagesschau und da muss ich mich fragen wollt ihr mich verarschen Alter also ganz andere Sachen die hier passieren schaffen es nicht in die Tagesschau und der Selbstmord von irgendeinem Mädel die an Depressionen litt 5000 Kilometer entfernt das soll in die Tagesschau am besten noch ein Special oder was mir geht das einfach auf dem Sack so wieso mache ich jetzt dieses Fass auf ich wurde daraufhin angeschrieben von einem Zuschauer okay also bist tatsächlich auch in der Pro-Pali-Fraktion angekommen wie so viele dass es dann in die Matike um die Gegenüberstellung ging kann dir eigentlich nicht gegangen sein also der Vergleich tote Kinder die die Palästinenser in die Kamera halten was ja in vielen Talkshows vorkommt oder eben auch in der Tagesschau gegen diesen Fall der Überlebenden die sich jetzt selbst gerichtet hat also es scheint dass du halt die einseitige Propaganda geimpft bekommen hast von so Leuten wie Infrarot die halt komplett Pali-Fans sind auch wenn sie das anders verpacken all das was Irrfan macht und sagt all das was Stürzü also ich glaube damit ist Stürzü gemeint sagt und macht oder Kian oder auch andere all das ist irgendwie Makulatur geworden keine gute Entwicklung ich reagiere so weil ich dich halt da in diesem Thema noch relativ klar im Kopf gesehen habe aber das scheint sich zu ändern aber wie schon gesagt nicht nur bei dir siehe Artikel über Chrupalla oben er hat dann geschrieben du bist offensichtlich jedenfalls besessen von einem pathologischen Fetisch lies mal meinen Text nochmal und kehre in dich gute Besserung er lese das jetzt weiter vor ich glaube nicht er bleibt auf jeden Fall dabei ja im Grunde bestätigt er nochmal das was er zuvor geschrieben hat die Sache ist die wer meinen Post aufmerksam liest er kann dort unmöglich nicht mal zwischen den Zeilen rauslesen dass ich ein Problem mit Israel hätte oder so okay ich lese euch kurz vor was ich ihm antwortet habe was interessiert mich ein Land 5000 Kilometer entfernt wenn ein Mädel mit schweren Depressionen die sie schon vorher hatte Selbstmord begeht und warum soll die scheiß Tagesschau darüber berichten die hat nicht mal berichtet als Maria Ladenburger von einem Flüchtling in Deutschland totgefügt wurde Israel steht bezüglich meiner politischen Interessen weit vor den Palästinensergebieten aber trotzdem ungefähr auf Platz 5000 wir haben andere Probleme und jetzt ist Feierabend und dann kam zu dem gar nichts mehr also worauf will ich hinaus das hat jetzt sehr lange gedauert ich möchte es aber dazu mal kurz anmerken das Gegenteil von dem was Reichelt gerade gesagt hat ist der Fall wenn du nicht bei möglichst jeder Gelegenheit Israel die Treue schwörst über deine eigenen Interessen setzt wir müssen jetzt über so ein Fall in der Tagesschau berichten die halt nicht mehr über Maria Ladenburger berichtet ja dann droht man dich bereits als Antisemiten zu bezeichnen und das gilt dann doch für Leute wie mich die nicht im geringsten irgendwo antisemitisch wären nochmal tendenziell bin ich auf der Seite Israels was das betrifft aber mir ist das Thema egal das ist nicht mein Problem es ist Problem 5000 auf meiner Liste 5000 und davor haben wir 4990 Punkte die Deutschland betreffen ich will dass es uns hier gut geht ich möchte die Probleme hier gerne lösen und ich die in Israel die kann ich sowieso nicht lösen so das hat nochmal lange gedauert es tut mir leid Freunde ich hoffe ihr könnt mich verstehen Clowny möchtest du dazu was sagen? ja keine Ahnung also es ist ein Phänomen gerade in CDU nahen Kreisen und sicherlich in Teilen auch bei Tichis Einblick die ausgesprochen pro Israel sind ich möchte da jetzt niemanden ungerechtfertigt Gas leiten aber zumindest in CDU nahen Kreisen scheint es so zu sein dass das so eine Art Kaup für den eigenen fehlenden Nationalismus darstellt den man dann in dieser Frage in einer äußerst pathos geladenen pathetischen überschwänglichen Form aber ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste absondern kann weil es geht ja halt um Israel also die lassen da Sachen vom Stapel Forderungen vor allem vom Stapel die sie sich nie im Traum getraut hätten würde es darum gehen dass hier gerade jemand auf der Straße mit deutscher Herkunft mit deutscher Abstammung dementsprechend abgemessert oder vergeworfen worden ist das würden die sich in solchen Fällen nie trauen aber wenn es dann um pro-palästinensische Demonstranten geht dann lassen diese Leute vom Stapel das ist wirklich absurd und ich habe da auch damals noch ein Video drüber gemacht das ist so ein CDU-Phänomen das ist auch ein bisschen ein Kaup glaube ich dafür dass sie so also sie äußern sich pro-israelischer als sie sich pro-Deutschland äußern und die pro-Deutschland-Position ist wir halten uns da raus und es ist in unserem Interesse dass dort im Idealfall dann irgendwann vielleicht erleben wir beide das hier auch nicht mehr Frieden einziehen wird dort weil mittlerweile durch die Zuwanderung wie sie jetzt stattfindet knallt es halt auch bei uns auf der Straße wenn es da wieder knallt das ist das was mich stört Döpfner erinnert den ehemaligen Chef von Springer der hat in einer privaten Nachricht die geleakt wurde weil den wollte man ja auch absägen weil der irgendwie weiß ich nicht schnell absägen wollte glaube ich und der hat in einer ich meine das war eine SMS vielleicht anreichend ich bin nicht mehr ganz sicher geschrieben ich zitiere in der Berliner Zeitung der Artikel ja und natürlich Zionismus über alles Israel my country bist du bist du geisteskrank ein Deutscher der in Deutschland lebt ich hab dir eine SMS Israel my country und das ist dann das ist dann der Standpunkt der gesunden Mitte der wenn ich von dem abweiche dann bin ich Antisemit oder was so können wir mit dem Video weiter machen bitte unbedingt in ihren eigenen Reihen angefangen bei ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla der die AfD gegen Israel positionieren will und hier ist was laut Welt ein Mitglied der AfD-Fraktion über Tino Chrupalla sagt es wäre erfrischend wenn Chrupalla mal eine außenpolitische Position vertreten würde die sich von der Moskau unterscheidet er kritisiert Israel aber nicht die Hamas was hält ihn davon ab zum BSW zu gehen sich so krass gegen Israel zu wenden ist nicht Beschlusslage Zitat Ende sagt die AfD-Fraktion selbst die Fraktion der AfD Mordler genau zu der Sache der Weltartikel da möchte ich einmal also wir wir lesen hier ja gerade oder wir hören hier gerade von Reichelt die Belege für einen sogenannten antisemitischen Mief oder den rechtsnationalen Herrenmenschen Antisemitismus der in der AfD zu stark wäre der besteht unter anderem in dem Weltartikel den er dort eingeblendet hat in der Position Chrupallas die sich folgend äußert in einer Bundestagsrede kritisierte er am Mittwoch exklusive Solidaritätsbekundungen und einseitige Parteinamen also ein Mann der stellt sich in die Mitte ja es dürfte keine deutschen Waffenlieferungen Waffenlieferungen nach Israel und keine pauschale Islamfeindlichkeit mehr geben mit ihren Waffenlieferungen an Israel akzeptieren sie die Ermenschlichung aller zivilen Toten auf beiden Seiten sagte er es sei an der Zeit sich kritisch und objektiv auch mit der israelischen Regierung auseinanderzusetzen also sich kritisch und objektiv mit der israelischen Regierung und damit natürlich auch mit ihrem Handeln in diesen Konflikt auseinanderzusetzen ist bereits rechtsnationaler Herrenmenschen Antisemitismus Zitat Reichelt so hat er das Segment eingeleitet ja also und was er gerade noch sagte sich nicht im gleichen Maße über die Palästensergebiete auszukotzen wie man sich über Israel auskotzt das interpretiert dann Herr Reichelt direkt wieder als na offensichtlich sind ihm die Palästensergebiete lieber als Israel oder was ich denke mal dass ein Herr Chrupalla sich nicht großartig zum Gazastreifen äußert weil es stichtweg irrelevant ist und ja auch ein Themenfeld ist was fast nur von Linken bespielt wird ich nehme an wenn man den Herr Chrupalla fragen würde wo er lieber leben würde wo er seine Kinder lieber zum Studierenden schicken würde oder so dass der in 100 von 100 Fällen sagen würde Israel in dem Fall will ich Israel in dem Fall will ich Israel und da will ich Israel also es ist nicht notwendig zu sagen und übrigens die Palästenser haben auch Scheiße gebaut das ist jedem normalen Menschen klar dass die auch Scheiße gebaut haben ich würde wahrscheinlich auch lieber in Tel Aviv leben als in Gaza ja das ist klar aber er hat auch Unterstützer die hat Reichelt natürlich auch nicht eingeblendet die reden von einem konsistenten Friedenskurs ich würde lieber in das ärmste Viertel Israels ziehen als in das reichste Viertel im Gaza Streifen ja wahrscheinlich mein Problem ist nicht wir sind dort finanziell aufgestellt mein Problem ist dass mir die israelische Kultur mit Sicherheit näher ist als die die im Gaza gelebt wird ja und trotzdem bin ich in diesem Konflikt auf der Seite von Deutschland ja dankeschön trotzdem bin ich auf der Seite von Deutschland und sehe dann wenn überhaupt Deutschland als als neutrale Mittlerposition sie schreiben hier auch darüber dass andere über Chrupalla sagen ein Gebot der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Mächte sei hier geboten so wie Chrupalla das sagt oder keine Waffen an kriegsführende Staaten das sei eigentlich jahrzehntelang der Konsens aller Bundesregierungen gewesen also auch hier an dieser Stelle geb ihnen alles oder du bist ein Antisemit das ist das was Reichelt gerade gesagt hat und er hat ja auch das Duell Wagenknecht versus Weidel angesprochen auch da allein dieses Segment selber war ja komisch weil man das Gefühl hat dass sich beide versuchen möglichst authentisch obwohl sie keinerlei Verwandten keinerlei persönliche Beziehung zu diesen beiden Konfliktparteien haben trotzdem möglichst authentisch daherzureden wie schlimm sie das alles finden und natürlich wirkt das künstlich und aufgesetzt weil keiner von denen wirklich aufrichtig sagen kann ich habe dort Verwandte die kenne ich und ich leide mit denen es wird wie ein Glaubensbekenntnis gesprochen von einem Atheisten genauso wirkt es ja genau genau gerne weiter AfD-Fraktion selbst die Fraktion der AfD mordt leise aber duldet weiter üble Charaktere wie zum Beispiel auch Jürgen Pohl mit denen niemand jemals koalieren wird lieber genau Jürgen Pohl ist das nächste Thema ich habe etwas davon weggeschnitten bin aber der Meinung dass wir nicht allzu viel vom Kontext weggeschnitten haben es ist gerade auch das letzte worüber sich Reichelt anscheinend aufregt weil Pohl das was dort stattfindet als Völkermord bezeichnet und das ist natürlich ein juristischer Begriff das werden im Nachhinein des Konfliktes wenn er wieder abflacht wahrscheinlich Gerichte entscheiden müssen was dort gerade ja auch da also nicht nicht dass das für mich einen Wert hätte das ist jetzt Problem 5001 auf meiner Liste ja aber ich meine dass es dazu auch schon UNO-Resolutionen gab also das ist nicht wer sich hinstellt und sagt das ist ein Völkermord der ist nicht ein Geisteskranker der in eine Klapse gehört es gibt doch offensichtlich draußen weitere Länder zum Beispiel die dieser Argumentation folgen würden ja klar Angriff auf Beirut auf den Libanon Angriff auf den Iran Angriff auf Syrien Angriff auf den Gazastreifen das soll stimmt das nicht was er sagt ist das was er mitbekommen würde das stimmt das stimmt ich verstehe auch ich verstehe auch dass es Israel in den letzten Jahrzehnten nicht möglich war dort einen Frieden zu etablieren der von Dauer ist so von daher nicht dass ich das Ihnen jetzt raten würde aber ich kann das noch nachvollziehen dass du aus allen umliegenden Gebieten einen Parkplatz machen willst damit du endlich deine Scheißruhe hast ist das was ich nicht verstehen würde aber die Sachen finden ja statt und natürlich kann man die doof finden wie gesagt bei mir ist das jetzt 5003 auf meiner Liste aber natürlich kann man die Sachen doof finden weiter geht's alles hingenommen werden mit Staatsräson Leute das geht nicht was wir brauchen ist Frieden und so einen Frieden der nicht gleichzeitig Keimzelle für einen neuen Krieg dort unten ist ihr wisst das selber die Ausgang des ersten Weltkrieges hat den zweiten Weltkrieg schon begründet aufgezeigt und aufgezogen das dürfen wir nicht machen wir brauchen einen festen Frieden da unten das endlich dieser Völkermord ein Ende findet Liebe AfD was sind das für Leute die Friedensinitiative ja also da muss ich einen Punkt geben das wirkt ein bisschen als würde er in der Sesamstraße irgendeinen Sachverhalt erklären der nicht mit Mord und Totschlag zu tun hat ja aber gut muss aber von unten zu Hause gehen niemand wird jemals mit solchen Leuten zusammenarbeiten rechte Parteien in Europa besonders in Deutschland aber in ganz Europa können nur als Schutzmacht des jüdischen Lebens und eiserner Verbündeter Israels Erfolg boah das ist ein Satz rechte Parteien können nur als Schutzmacht des jüdischen Lebens und eiserner Verbündeter Israels Erfolg haben aber nicht weil Israel es sonst verhindert dass sie Erfolg hat sondern weil die sogenannten konservativen Kollegen ihre Zusammenarbeit daran festzumachen scheinen wie bedingungslos man einer der Konfliktparteien in diesem Falle Israel beisteht anstatt zu schauen was Deutschland in diesem Moment am meisten hilft das sollte ja eigentlich ich hab's ja vorhin schon gesagt die einzige vernünftige rechte Position sein wir halten uns raus wenn es uns nicht hilft wir liefern keine Waffen an Kriegsparteien die mit ihrem Krieg eventuell sollte er weiter aufflammen sollte dieser Konflikt noch krasser werden weitere Flüchtlinge erzeugen werden die natürlich auf direkten Wege zu uns kommen werden wir treten also wenn überhaupt treten wir höchstens als neutraler Mittler auf versuchen das zu besänftigen zu befrieden dass es nur noch zu kleineren Auseinandersetzungen kommt aber wenn das weiter aufflammt dann sind hier Tor und Tür wieder geöffnet für die massenhafte illegale Einwanderung genauso wird es kommen Benjamin Netanyahu ist der wohl klügste und erfolgreichste Rechte der politischen Welt wer sich getrieben von Weltverschwörungsmythen die Staatsräson gegen diese ganz ganz kurz wo holt er jetzt die Weltverschwörungsmythen her also er bespielte halt ein NPC Publikum wie Kamala Harris es tun würde das Volk stellt das den Überlebenskampf unserer Kultur am beeindruckendsten klügsten lebensfrohsten und entschlossensten führt wird niemals regieren können um fair zu bleiben die Duldung von Antisemitismus ist nicht bloß ein Problem der AfD in der SPD kann man als Vizepräsidentin des Bundestages judenfeindlicher Hasspropaganda wie diese auf Social Media raushauen ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen er hat das bisher nicht geschafft in irgendeiner Form den Antisemitismus in der AfD zu belegen ja also der besteht darin dass nicht jeder eins zu eins das machen möchte was Netanjahu möchte Israel kämpft also so wie er gerade gesagt hat den Überlebenskampf unserer Kultur im Nahen Osten dazu noch so lebensfroh wie kein anderer und wer das nicht so sieht und daher unlimitiert Waffen liefert stellt sich gegen Israel was an Krieg in jeglicher Art und Weise lebensfroh ist kann ich mir leider jetzt auch nicht erklären ähm also während dieser Überlebenskampf unweigerlich bei weiterer Eskalation erneut Flüchtlingsströme nach Europa erzeugen wird kann es dennoch widersprüchlicher sein also wenn es dort knallt knallt es mittlerweile auch hier auf der Straße ähm wie ist also eine weitere Eskalation bis zur kompletten Auslöschung irgendeiner der Konfliktpartei ähm in irgendeiner Art und Weise unserer Kultur hier in Deutschland dienlich das Beste was Deutschland braucht ist Ruhe im Nahen Osten oder zumindest eine Beruhigung weil was wir jetzt erleben ist diese endlose Kaskade an Vergeltungsschlägen für Vergeltungsschläge von Vergeltungsschlägen wo man sich dann vorher abspricht wie hart die überhaupt sein dürfen damit es nicht zu hart eskaliert das ist der Drahtseilakt der da gerade geführt wird und das ist extrem gefährlich und äh äh wird nicht dazu führen dass auch hier in Deutschland die Situation besser wird weil wenn es da wieder knallt dann sind hier wieder die Leute auf der Straße und zünden irgendwas an so ist es drittens die AfD mag dominiert sein von der seltsamen Kreml-Verklärung die in Teilen Ostdeutschlands immer noch herrscht die bis heute nicht wahrhaben will dass Wladimir Putin nicht so schön Deutsch spricht weil er Goethe und Schiller liebt sondern weil er als KGB-Mann so besonders gut Deutsche überwachen verhören und quälen konnte aber die Hinwendung nach Moskau und auch Peking also mein ist ein interessanter Punkt ist das nachgewiesen hat der Deutsche verhört und gequält ich weiß es nicht ist ein Irrweg der niemals in Verantwortung führen wird das Zuhause Deutschlands für alle Konservativen das ist so ärgerlich kannst du dich daran erinnern das war glaube ich vor unserer Zeit aber als der Putin auf deutsch eine Rede im Bundestag gehalten hat ja die hatten wir damals in einer der frühsten Folgen der Ketzerkirche da hat er nämlich auch noch eine Annäherung ausprobiert diese Rede war eine Rede der Befriedung auf Entspannung und das wäre an sich wäre das so schön wenn man einfach friedlich koexistieren könnte ohne dass jetzt sage ich es die Amis da irgendwo rein meddeln und halt irgendwo irgendeine Scheiße bauen die am Ende dazu führt dass wir für Gas den dreifachen Preis bezahlen und so weiter und so weiter es wäre schön ja es wäre schön wenn überall Frieden herrschen würde ja das werden wir da nicht geschenkt bekommen von daher möchte ich wenigstens meine scheiß Ruhe haben ist auch gar nicht so wild will ich auch nicht so lange aufmachen aber ich glaube tatsächlich immer noch diese das was wir erleben das was mit dieser Russlandfeindlichkeit oder also total einseitige Betrachtung auch dieses Landes gerade vor sich geht das ist im Endeffekt einfach eine Weiterführung des Kalten Krieges in den Köpfen das geht immer noch der Kalte Krieg ist auch nicht wirklich vorbei wenn man so möchte auf philosophischer Ebene bei den Leuten ist der immer noch genauso da das ist immer noch derselbe Konflikt den es 89 auch noch gab ist der freie Westen man musste Ossis mit Gewalt daran hindern nach Westen zu fliehen nicht umgekehrt das wirtschaftlich starke Deutschland von dem die AfD träumt ist im Westen und in der Freiheit in der Marktwirtschaft verankert nicht in der Tyrannei und im Kommunismus der östlichen Riesenreiche oder um es einfacher zu sagen Russland ist seit Jahrzehnten ein richtiges Kackregime Russland stellt nichts her was irgendwer auf der Welt haben will und das mag es beides sein also es mag sein dass Russland ein Kackregime ist das Problem ist Syrien war es ebenfalls Libyen war es ebenfalls also wir müssen uns damit anfreunden dass es einfach Kackregime gibt und daran können wir nichts ändern von daher sollten wir mit diesen Regimen trotzdem freundschaftliche Beziehungen führen mit allen ich meine da explizit alle ich will auch freundschaftliche Beziehungen im weitesten Sinne mit Afghanistan pflegen ja wenn die Waren anbieten können die wir hier benötigen gerne Handel machen finde ich alles wunderbar aber sich dort nicht einmischen sich einmischen führt immer zu weiteren Problemen bestes Beispiel wahrscheinlich also Iran ist natürlich das Beispiel schlechthin ja nachdem die Amerikaner da ein Regime-Change vollzogen haben aber da ist ein islamischen Gottesstaat großartig alter nachdem die Amerikaner in Libyen reingemädelt sind ich zitiere Hillary Clinton we came, we saw, he died ha 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 gibt es dort wieder Sklavenmärkte die es zuvor nicht gab wenn wir irgendwas gelernt haben was Geopolitik betrifft in den letzten 50 Jahren dann dass eine Einbüschung der US-Amerikaner immer zu größeren Problemen führt als sie zuvor vorhanden waren zumindest aus unserer Sicht das ist die Demokratie die den Leuten dort gebracht worden ist in Libyen so verkauft man es dann ja an der Heimatfront die Kreml-Verklärung wurde ja auch gerade eingesprochen also hier muss Reichelt auch nicht irgendwie präziser in seinen Vorwürfen werden spielt er jetzt hier auf die vom Spiegel lancierten Bistron-Kampagnen an oder was auch immer Ziel ist es multipolar in einer multipolaren Welt zu bleiben das heißt wie du schon gesagt hast gute Handelsbeziehungen mit Indien Russland China Brasilien mit dem BRICS zu pflegen mit wem auch immer mir ist das politische System in Land X vollkommen egal wenn die handeln wollen dann handeln wir mit denen zum Wohle unserer eigenen Leute wo ist die blöde Kritik und Russland produziert nichts was irgendjemand braucht was denn mit dem russischen Gas du kannst es hier gerne einblenden also Nummer 1 Exporteur weltweit was Gas angeht und was den Markt selber eingeht ich glaube da habe ich dir auch eine Grafik zugegeben ich schaue sie hier mal gerade selber an also die 10 größten Gasproduzenten weltweit Russland ist da auf Platz 2 und dann ganz weit abgeschlagen irgendwann der Iran ja also natürlich und Gasexporteur mit Abstand russische Föderation 230 Milliarden Kubikmeter ich nehme mal an pro Jahr oder so sei es drum ja 2020 war das es geht darum natürlich wir brauchen russisches Gas es ist das es ist günstig es ist dieses Land ist nicht weit weg dieses Land ist nicht so weit weg wie Katar wie die Vereinigten Staaten du musst das Gas nicht verflüssigen es auf dem auf dem Schiff hierher bringen und dann wieder Gas für mich machen und am Ende kostet das 5 mal so viel das Problem ist halt die USA stören sich ja nicht daran dass wir unsere Energie aus Russland beziehen die USA stören sich daran dass Russland mit der Energie die sie uns verkaufen Geld verdienen das ist das eigentliche Problem so und damit finanziert dann Russland wiederum Leute die die USA als Feind betrachten was sie meinetwegen nicht zu Unrecht tun ja nochmal dem ganzen ging ein Regime Change voraus ja aber der Iran ist ja ein quasi Verbündeter Russlands ja der wird unterstützt von den Russen das wollen die Amis nicht und darum will man denen den Geldhahn abdrehen deshalb wurde Nord Stream gesprengt deshalb hat man sich von Anfang an wir hatten das damals ausführlich in der Honigfarbe vor zwei Jahren oder so ich glaube als das aktuell war mit Nord Stream 2 schon immer schon immer haben sich die USA eindeutig gegen diese Pipeline ausgesprochen die wollten das zu keinem Zeitpunkt das ist nicht erst 2022 denen in den Sinn gekommen dass sie das eigentlich gar nicht wollen würden und darum springt man die Scheiße mal eben in die Luft sie wollten das noch nie das ging ja so weit dass du damals wenn du für eine Firma tätig warst die am Bau dieser Pipeline beteiligt war dann hast du ein Einreiseverbot für die USA bekommen wenn du ein deutscher Staatsbürger warst der sich niemals irgendwas hat zu Schulden kommen lassen aber du arbeitest für eine Firma die am Bau dieser Pipeline mitwirkt in deiner Form dann durftest du nicht mehr in die USA einreisen sie wollten nicht dass die Russen Geld verdienen das ist Scheißboden ja und da haben wir ihn wieder den guten alten Russland-Amerika-Konflikt als wäre es ein kalter Krieg so ein bisschen so ein kalter Handelskrieg an der Stelle also es ist halt so es gibt keinen vernünftigen zuschaut ein deutscher Patriot dem spreche ich ab ein deutscher Patriot zu sein wenn er mir jetzt in den folgenden Ausführungen nicht zustimmt das ist das was er gerade gemacht hat also du bist kein echter Patriot wenn du mir jetzt nicht zustimmst dass man irgendwie nicht gemeinsame Sachen mit Orban machen sollte oder so zum Beispiel und ich denke wir haben es jetzt mittlerweile verstanden Reichelt ist ein ausgesprochener Feind Russlands das sei ihm auch zugestanden wir jedoch brauchen das Gas für günstige Energie Reichelt der selber die Grünen kritisiert der die Energiewendepolitik kritisiert stellt sich hier selber so da wie jemand der auch die wirkungslose Sanktionspolitik hätte befürworten können wie jemand der gegen die Gasimporte von Russland gewesen wäre wie jemand der das jetzt feiern würde dass wir jetzt unabhängig von Russland sind und ich weiß jetzt nicht wie er sich positioniert hatte aber da dieser Mann ja eigentlich komplett kontragrüne ist gehe ich davon aus dass er die Sanktionspolitik auch für Schwachsinn gehalten hat ich weiß nicht das passt irgendwie nicht zusammen irgendwas ist mit diesem Mann passiert du ich vermute da gab es einen Anruf ja ja ich mache hier jetzt auch die Überleitung dann zum letzten Clip folgend wird er also das ist jetzt hier nicht drin aber ich sage euch das und bitte glaubt mir bitte ja ich bin trusted trust me bro also folgend wird er zu Merz kommen den er zu Beginn lobt weil er weiß was in Deutschland abgehen würde als Vater von Kindern die wiederum sieben Enkelkinder hätten dazu spricht er auch an dass Merz fast gemeuchelt wurde nachdem er eine kommunale Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausgeschlossen hatte in einem Interview auch defikiert Reichelt verbal auch gut auf Henrik Wüst das fällt auch uns sehr leicht ja das ist der Mann der immer sagt Nazi Partei Höcke ist ein Nazi womit eigentlich Henrik Wüst also genauso redet wie Reichelt den Reich wobei Reichelt ihn ja wiederum kritisiert dafür dass er zu links grün sei wir kommen jetzt also zum Fazit dass zwischen den Zeilen in meinen Augen doch mehr über Reichels Motivation sagt als man denkt es wäre falsch zu behaupten dass Deutschland sich eine schwarz-blaue Koalition wünscht die AfD ist noch nicht reif dafür und den Menschen wurde zu lange gesagt dass so eine Koalition ohnehin absolut ausgeschlossen ist Menschen wünschen sich politisch nicht was ihnen unmöglich erscheint was sich die Mehrheit der Menschen aber wünscht ist das was eine schwarz-blaue Koalition tun würde und könnte mit schwarz-grün wäre das unmöglich die einzige Frage die sich bei schwarz-grün stellt würde lauten wer ist schneller am Ende die CDU oder dieses Land mit schwarz-grün würde die AfD spätestens 2029 die CDU überholen man muss nur nach Österreich blicken um das zu verstehen die AfD von heute ist nicht regierungsfähig aber den unermesslichen Schaden im Land hat nicht die AfD den haben die Grünen angerichtet die Grünen setzen das unselige Werk fort das Angela Merkel begonnen hat und ihre Politik ist gefährlich für Volkswirtschaft für Leib und für Leben die Grünen sind diesem Land nicht mehr zumutbar die Menschen haben zu Recht Angst vor dieser Partei die grüne Partei gehört hinter die Brandmauer der Geschichte im Fazit wird die Motivation klar weil also vorhin hat er noch gesagt oh also das ist der Hauptwiderspruch in dem Video der klar macht es geht ihm eigentlich nur darum er ist ein CDU-Fanboy ob das mit finanziellen Abhängigkeiten zu tun hat oder wirklich mit persönlicher Sympathie oder eine Mischung aus beiden das ist mir auch persönlich egal und ich finde das auch vollkommen okay wenn ein parteinah gut aufgestellter Mann finanziell gesehen so ein Medium ins Leben ruft weil wir alle mögen dieses Medium wir mögen auch alle News grundsätzlich machen die eine super Arbeit ja du selbst wenn ich die nicht mögen würde also ich finde das legitim dass eine Privatperson sagt ich nehme hier Geld in die Hand und finanziere damit irgendein Projekt das Problem was ich habe ist dass wir Medienprojekte und andere Projekte mit Steuergeld finanzieren hast du mitbekommen dass Edeka hatte doch diese wunderschöne Kampagne wenn man sich später entschuldigt hatte zur Wahl im Osten blau gibt es bei uns nicht im Regal oder irgendwie sowas später wesentlich später kam raus dass Edeka nirgendwo vom Geld von der Regierung das hat mitbekommen äh irgendwie von irgendwas mit Habeck war da ach hier guck mal Edeka erhielt 8,7 Millionen Euro aus Habecks Wirtschaftsministerium Edeka erhielt Millionenförderung von staatlichen Stellen was ja wofür haben die Geld bekommen und Edeka ist gigantisch die staatlichen Gelder für Edeka stammen unter anderem aus der Bundesförderung für Energie und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude so erhielt etwa die Edeka Südweststiftung und CoKG über 2 Millionen Euro für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden zusätzlich erhielten verschiedene Regionalstellen des Unternehmens Zuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen im Rahmen des Umweltbonus zur Förderung von Elektroautos die Förderprogramme fallen in den Zuständsgleich bla 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 und am Ende kommen wir auf 8,7 Millionen Euro hätte ich diese Kohle hätte ich diese Förderung auch bekommen um mein Gebäude zu sanieren wenn ich einen Tante-Emma-Laden betreibe also sind das Förderungen die sich jeder der holen kann oder ist das jetzt weil es ein großer Player ist überreicht man den mal eben 8,7 Millionen Euro jedenfalls also ich will damit nicht sagen dass die wegen dieser Kohle dann so eine dämliche Kampagne fahren ich frage mich aber für was wird hier eigentlich alles Steuergeld ausgegeben ja also meine Verschwörungstheorie zu dem Zeitpunkt war dass die Werbekampagne kam ja vor der Thüringen-Wahl und da ging es ja wirklich um das Battle CDU gegen AfD da war auch das TV-Duell Mario Vogt gegen Höcke und Markus Moser der Vorstandsvorsitzender der Edeka Zentrale Stiftung ist tatsächlich im CDU-nahen Wirtschaftsrat der CDU angesiedelt das war meine Theorie dass da zumindest eine Grundsympathie dahingehend bestehen soll weil die einzelnen Filialen ja auch im Nachhinein gesagt haben wir mit uns wurde das auch nicht so abgesprochen das scheint in den höheren Riegen höchstwahrscheinlich abgesegnet durch den Vorstand des Edeka-Verbunds natürlich dass man diese Kampagne da durchzieht in der FAZ und in der Zeit glaube ich war das oder in der Frankfurter Rundschau wird auch gut passen zu dem Ding ja also das wurde auch über deren Köpfe hinweg entschieden und dann ist der Vorstandsvorsitzender halt im Wirtschaftsrat der CDU das ist halt bemerkenswert genauso sitzt ja auch Gotthard der finanziell von News im Wirtschaftsrat der CDU beziehungsweise saß dort soweit ich weiß aber im Hinblick darauf ich bin damit vollkommen cool und ich glaube das wird dann auch einer der basierteren CDUler sein weil das was News macht ist glaube ich in der CDU nicht mehrheitsfähig das muss man schon sagen aber an dieser Stelle du hast es gerade gehört am Anfang kommt damit oh Höcke raus das ist der Unterschied zwischen 20 bis 30 Prozent bei der AfD und am Ende kommt er uns damit ah wenn die ah wenn die AfD jetzt nicht mit der CDU also wenn die CDU jetzt mit den Grünen macht boah dann wird die AfD die noch überholen und dann denke ich mir er muss ja Höcke ja doch nicht rausreichelt dann muss ja nur die CDU mit den Grünen koalieren oder wird die AfD genauso wie in Österreich die FPÖ die ÖVP überholen genauso wird es dann laufen und genau das ist der vorgezeichnete Weg wenn die CDU nicht mal langsam einlenkt die CDU ist zu links die AfD ist nicht zu rechts die CDU ist zu links und hier ist die Motivation klar Reichel will nicht dass die CDU stirbt er weiß auch dass die sich selbst zerstören wird wenn die dann schwarz-grün machen ja dann wird spätestens in der übernächsten Legislaturperiode klar werden okay mit der CDU wird das auch nichts ja und ich glaube das möchte er verhindern das ist ein schönes Schlusswort damit sollten wir auch durch sein liebe Zuschauer hat mir ganz viel Spaß gemacht lieber Kloni hat mir ganz viel Spaß gemacht du das Schlusswort ist deins ja Leute schaltet nächste Woche wieder ein wenn Kasper hier alleine die Stellung hält und ja sich so fühlt wie euer Kloni jede Woche in diesem Sinne meine Lieben passt auf euch auf bisschen Honigwabe schadet nie und PC wir sehen uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.